Wenn man Kesseln miteinander vergleicht, die bei gleicher Last mit 8 und 3,5 Bar betrieben werden, kann man leicht erkennen, dass bei niedrigem Druck wesentlich mehr Turbulenzen entstehen. Gleichzeitig wird auch deutlich mehr Wasser in Richtung Dampfauslass gezogen. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass durch mitgerissenes Wasser die Qualität des Dampfs beeinträchtigt wird, insbesondere wenn der Wasserstand gleichzeitig hoch ist. Wird also Dampf bei niedrigem Druck benötigt, ist es meist effizienter, den Kessel bei normal hohem Druck zu betreiben und den Dampfdruck bei Bedarf zu reduzieren.